Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute zeige ich euch wieder ein Limited Edition Display und zwar gibt es heute, wie man schon etwas sieht, tierisches. Viel Spaß mit The Dream Watcher! Bis zum nächsten Mal. 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 Der Halbmond wirkt top, der Sternenhimmel wirkt etwas detailarm, ja gar sogar etwas matschig, deswegen könnte man das Bildschuh wieder ein bisschen aufteilen. Der obere Teil nicht ganz so schön, aber hier unten wunderbar. Muss man mögen. Es sind natürlich nicht viele Farbtöne vertreten. Auch hier ist wieder die richtige Menge Licht angesagt, um es gut in Szene zu stellen. Und ich hoffe, dass aus der Serie noch ein paar Bilder mehr folgen werden. Das soll es gewesen sein, bis zum nächsten Mal. Servus.